hallo freunde willkommen hier zurück auf meinem kanal hier wieder in war thunder ja heute mal mit dem t28 hier scheint gibt es hier gerade bisschen verkehrsprobleme der t26 macht ein bisschen blödsinn grad naja was ist da die habe ich die 26 t28 natürlich ich glaube keine ahnung egal t28 was ist der t28 eigentlich wie der t28 ein mehrturmpanzer mit also naja mehrturmpanzer technisch ja praktisch weil mgs bringen im war von der gar nichts oder zumindest wenig überhaupt weil es nicht im jetzt 50 keil oder so wissen dann einfach nur standard 7,62 also kann man nicht so viel damit anfangen ja und eine 7,6 jahre 7,6 zentimeter haupt kann die aber nicht schlecht ist es genau die gleiche die auch der kv 1 dann später benutzt man sieht 67 mm durchschlag ich glaube der kv 1 hat dann nur noch eine bessere granate glaube ich aber sonst sollte das die gleiche sein nämlich die l 10 ja was zeichnet den t28 e aus er hat mehr panzerung als der t28 aber ja sonst eigentlich genau gleich soweit ich weiß von der motorisierung habe ich jetzt leider nicht gesehen nachgeschaut aber sollte ungefähr gleich sein ja viele typen sind drinnen das ist immer gut haben aber auch natürlich die meisten mehr turmpanzer in sich das hier als ja eben in dem fall zum spiel 6 crew members haben das heißt da muss mal viel krepieren dass der panzer mal ausgeschaltet ist natürlich aber durch die größe ist man auch eben das ziel nummer eins oft auf dem schlachtfeld beziehungsweise ein leichtes ziel halt auch einfach baumann sie hat sich gerade bei mir eingeschalten also mal siri die regierung hört mich wahrscheinlich gerade wieder ab gerade ein bisschen aus dem konzept gelangt durch das okay ein crusader zack was bist du ich glaube japanisch bitte bitte au der hat noch einen turm getroffen ich bin fast tot au der schaden gemacht was hat der was ist das für ein panzer was bist du er schaut noch zu mir jetzt wahrscheinlich gleich nicht mehr das war ein shihakai jungen hat dafür schaden gemacht alter ist da noch einer irgendwer schießt da der m3 lebt nicht mehr irgendwas könnte ich reparieren aber was soll ich glaube ich hab voll ins mikro geblasen es tut mir leid aber das war knapp kacke 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 oder doch nicht kacke der kommt nicht durch 30 mm sollte ich insgesamt 40 eigentlich haben das heißt er kommt nicht durch ich versuche mal zu wenden und hoffe aber dass jetzt keiner von links kommt ja 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 schießt schon an ah mann die dann braucht wirklich lange bis sie nach unten sind also die preist du bist eigentlich nicht zielo meins aber ich gehe dich trotzdem egal ich repariere mal ja fünf sekunden das geht es geht völlig in ordnung da haben wir das nächste ziel ich hoffe mir dass der typ von vorhin tetrag tetrag tot er versucht mich zu hinden hat hat mein fahrer stirbt gerade einfach nicht schon mittlerweile loht aber hält doch der heltische ausser hätte ich gesagt okay wir zermahlen wenn die gegner hat die haben überhaupt keine chance m82 kein m2 der war dumm der einfach nur weiterfahren können und ich hätte weniger chance gehabt war das der ja zwar der der hat mich die ganze geht ist du noch was schadler aus geht er ist 122 schießt was weiß ich sehe es valentine nicht gerade vorteilhaft dass die da steht jetzt viel panzer schießen noch mal blind die valentine weiß wo ich bin und da ist ein m22 locus den locus der hat ausgehalten du siehst mich nicht oder kleiner mann da haben wir einen stuart das war der dreckige schuss den ich jeden direkt der dreckigste schuss den ich gerade je hinbekommen habe ja es war ein AA zwar nicht High Priority Target aber einer weniger würde ich mal sagen der Typ ist da glaube ich noch ich komme halt nicht durch durch den glaube ich da müsste ich halt wirklich irgendwie so seitlich ouch alter wie viel halte ich aus meine gesamten Crewmembers sind schon los alle aber ja das natürlich klar alter was halte ich gerade aus du bist gefährlich was geht was geht gerade was geht gerade was geht gerade mir egal ich push trotzdem au na egal aber sieben kills das geht recht gut klar hätte ich gesagt kann man ja mal machen und ich kann sogar nach spawnen damit auch zwar bis ich bis ich da bin aber immerhin schrapnell munition hat er nämlich auch gerade gesehen die ist wirklich unnötigst kann man sich ungefähr vorstellen wie hoch explosiv munition nur dass sie bisschen mehr durchschlag hat ja und na ja der name sagt er schon hoch explosiv munition wer braucht durchschlag bei hoch explosiv munitionen munition ist genau jetzt genau jetzt geht mir die munition bei den türmen aus wie hoch wie hoch geht er nicht hoch höher nicht genau jetzt ist mir ausgegangen die munition ja schnell ist er eben auch nicht auf der so für sein bia natürlich auf die bia gibt es sehr viele flitzer der ist es nicht erst nicht einer davon da wird gerade eine gespottet sie aber nichts mg schüsse könnte gleich einer entlangfahren vielleicht aber auch nur vielleicht die nichts zwei no parking signs natürlich wer wird sowas konstruieren recht durch eins ne der war hinter dem haus glaube ich der ist doch nicht der wird die ganze noch angehittet aber zwei flugzeuge gerade hintereinander gestorben der krepiert nicht wo bist du na klar jetzt ist er tot genau wenn ich komme lokaliges valentine auch bomben ums grâce ich auch komisch davon ich h auch letzte zu lang diesen gegner war so betackt beknackt ist der schuss den ich trifft können sich machen zu können du bist gefährlich 3 3 locus locus down sehr gut der wäre gefährlich er hat nämlich viel er war doch ein komplett anderen winkel das untergeglitten wahrscheinlich unter geslider er hat nämlich mehr panzerung also der panzer ist ein ziemlicher arsch so viel kann ich sagen der kann richtiger bastard sein der ist nämlich klein hat aber die riesige platte da vorne die nicht wenig panzerung hat und ja da tun sich wirklich viele schwer glaube ich bei denen also zumindest kann ich mich erinnern dass ich den gehasst habe also zumindest dagegen eben zu spielen kleiner gremlin passt jetzt da tun wir auch noch richtig hässlich eigentlich aber naja hat halt seinen rasenmäher motor auf der seite hört sich halt wirklich mit dem rasenmäher und ich glaube der ist auch nicht wie viel motorisiert ne der ist sogar besser motorisiert der zwei davon der zwei rasenmäher motoren das ist der t80 glaube ich oder wenn ich mich nicht ihr ja der t60 ist der vorgänger davon mit der 2 cm glaube ich oder so der zentimeter glaube ich und er hat glaube ich nur einen von diesen rasenmäher motoren das war erstaunlich ruhig zum fahren weil wenn man sieht während ich im scope bin das verziert halt überhaupt nicht irgendwie es wäre stabilisiert natürlich wenn ich so über ufer ja langsam ist er nicht langsam ist er nicht obwohl er eigentlich der hört sich halt wirklich an wie ein rasenmäher motor der motor du siehst mich nicht oder ja das ist op das ist einfach op die valentine auf dem br ich man kommt da nicht durch ich meine die runde ist sowieso gleich vorüber aber ich kann sie nochmal versuchen ja braucht er zehn jahre der turm ja egal mann 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 ja aber im großen ganzen recht gute runde platz 1 wieder nicht schlecht naja auf dem br ja weiß nicht ob ich mich da so fühlen sollte dafür ja ok gut auch erfahrungen für den bekommen würde nur interessieren ja naja ja 56 mm hat er nehmen wir mal irgendwas deutsches und ja also keine ahnung panzer 3 j1 ja ok kann ich vergessen der kommt durch irgendwas 2.0 ja man sieht der panzer 4 mit seiner APG run der kommt nicht durch zumindest da darum da locker durch da macht's zack und bomb hat auch nur drei crew member noch ein großer nachteil davon ja aber es ist meistens um den gegangen und der ist nicht schlecht der t28 übte eh sein vorgänger der t28 spielt natürlich noch auf einem geringeren bial hat aber natürlich gar keine panzerung 20 mm da 30 bringt er überhaupt nichts da wenn man wenn man sogar pech hat wird man von 50 kg durchlöchert also ja nicht so gut finde ich der der da auf 1.3 ich finde es sogar besser der ist natürlich eben noch niedriger hat aber auch eine gute round weil man braucht auf dem bär wirklich nicht viel durchschlag und die reicht ja vollkommen 37 mm durchschlag und fucking 155 gramm sprengstoff die zieht rein und vaporisiert alles in seinem umkreis darin also die ist bombe wortweitlich und man sieht dann wieder den vergleich mal wieso wird man eine schrapnell munition mit 18 mm durchschlag mit 85 gramm sprengstoff nehmen wenn man eine APG round mit 37 also ja ungefähr das doppelte würde ich ja kommt da kommt sogar gut hin ungefähr das doppelte an durchschlag plus ja auch noch ungefähr ganz grob geschätzt jetzt auch nochmal das doppelte an sprengstoff wieso wird man die nehmen für was gibt es überhaupt die ist nämlich auch falsch gemodelt im game da wird nämlich nicht dieser dieser kugeln kugel regeln die genau die kugel regel der kugel regen den man das sieht bei der schönen gun die finde ich cool aber die animation die sie eingeführt haben naja der ist nicht gemodelt das ist einfach wie wenn sprengstoff also eine HE round durchgehen würde und dann nochmal explodieren würde gleich danach ja also im großen und ganzen dreck aber ich finde den nicht schlecht den werde ich vielleicht im nächsten video spielen kann ich mir gut vorstellen dass ich spielen werde und was ich mir glaube ich auch vornehmen werde ich werde mir ein paar skins raussuchen damit das bisschen lustiger wird bis ein ansehlicher wird denke ich werden zwar jetzt nicht wahrscheinlich viele historische skins sein denn wie soll ich sagen ich liebe es auch so komische skins zu nehmen ganz ehrlich wie man es da sieht werde ich auch mal spielen die kv2 ja oder schöner typ oder so richtig bob der baumeister angelehnt mit einem richtig graus also grausigen mund richtig horrific plus zwei augen noch extra drauf mit warning 40 sekunden reload komplett gelb ein einziger eine einzige zielscheibe auf dem schlagfeld aber finde ich gut finde ich gut aber ja das war jetzt genug geschwafelt von mir würde ich jetzt sagen danke danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch das video also das video hat euch gefallen ich hoffe ich sehe euch morgen im nächsten video auch wieder habt einen wunderschönen tag lassen aber wirklich 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 freuen und diesen kanal auch immens unterstützen weil es macht wirklich spaß auf youtube sein und ich würde schon gerne noch mehr leute damit erreichen wäre wirklich 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 cool und ja und ja ciao